Satguru Vor etwa 20 Jahren, Satguru, erhielt ich einen Scheck über 100.000 Rupien von einem pensionierten Major der Indischen Armee. Er hat nur seinen Namen genannt. Er weigerte sich. Er gab seine Adresse nicht an. Und er schrieb eine kleine Notiz, die erklärte, das Geld, das ich dir gebe, ist zu wenig für den Weg, den du gewählt hast. Aber Gott hat seine eigenen geheimnisvollen Wege, dir den Rest zu geben. Das hatte einen enormen Einfluss darauf, was ich dachte, was ich vorhatte zu tun. Liegt es daran, dass es so etwas gibt, sagen wir, kosmische Kräfte, die ständig versuchen, der Gesellschaft zu helfen? Und, oder ist es etwas anderes, das Menschen beeinflusst, etwas zu tun, das außerhalb ihrer Möglichkeiten liegt? Schau, die Vorstellungen von etwas will helfen, etwas reicht dir die Hand. Ich war, ich war zufällig in, vor etwa vier Wochen war ich in Los Angeles und wohnte dort bei einigen Leuten. Und das Schlafzimmer war voll mit Büchern, also nahm ich einfach eins dieser Bücher und schaute. Der Autor sagt, der Kern des Universums ist Liebe. Warum sollte der Kern des Universums Liebe sein? Weil diese Sache den Menschen immer wieder erzählt wurde. Vom Himmel liebt Gott dich. All diese Leute. Schau, wenn du gerade eine wilde Liebesaffäre hättest in diesem Moment mit jemandem in deiner Nähe, hier, wirst du aufschauen und um Strahlen der Liebe bitten, die zu dir kommen? Das frage ich dich. Nein. Du hast dich so gemacht, dass dich niemand lieben kann. Jetzt kann nur Gott dich lieben. Wenn du sagst, Gott liebt mich, musst du wissen, dass du so ein jämmerlicher, bedauernswerter Fall bist. Wenn du dich so gemacht hast, dass niemand umhin kann, dich zu lieben. Du bist ein wunderbarer Mensch, nicht wahr? Wenn es also... Wir müssen verstehen, es gibt etwas, das man menschliches Denken und Fühlen nennt. Menschliche Bedürfnisse nach... Emotionale Bedürfnisse nach Liebe, Fürsorge, Berührung, das. Der Kosmos oder das, was man als Quelle der Schöpfung bezeichnet, oder göttlich, oder wenn du das Wort Gott benutzen willst. Da Gott etwas personifiziert, werden wir es ablehnen, dieses Wort zu benutzen. Sagen wir, was auch immer die Quelle der Schöpfung ist, die wir im Allgemeinen als Gott bezeichnen, durch religiöse... Diese Sache, im Grunde ist es nur eine Intelligenz, die einfach in alles Mögliche explodiert. Wenn du im Rhythmus damit bist, wirst du emporsteigen. Wenn du nicht im Rhythmus damit bist, wird es dich erdrücken. Es hat keine Liebe, es hat kein Mitgefühl, es hat nicht die Absicht, dir zu helfen. Es hat keine Absicht, dir zu schaden, es hat gar nichts. Wenn du die Kräfte verstehst und auf ihnen reitest, hast du einfach ein fantastisches Leben. Wenn du nicht verstehst, wird es dich erdrücken. Du hast Menschen beim Surfboden gesehen, auf den Wellen des Ozeans. Es ist so eine magische Sache, einfach auf den Wellen zu reiten. Aber wenn du es nicht richtig machst, wenn du in die Wellen gerätst, ist es, als wärst du in einem Betonmischer. Es wird einfach das tun und es wird dich töten. Der eine reitet also auf der Welle, der andere wird von ihr erdrückt. Das ist alles, was passiert. Der Rest sind alles menschliche Interpretationen. Dies ist die erste Sache, die wir abstellen müssen. Dass wir unser Denken und Fühlen nicht auf die Existenz ausdehnen. Das ist nur zwischen dir und mir relevant. Das ist zwischen dir und deinen Familienmitgliedern relevant. Du liebst sie, ich liebe dich, du liebst mich, das ist alles in Ordnung. Schau nicht zum Himmel auf und sag, ich liebe dich. Er wird nicht ich liebe dich zurücksagen, weil er kein solches Bedürfnis hat. Es ist reine Existenz. Das ist, was du werden musst. Wenn du hier sitzt, bist du eine vollständige Existenz für dich. Dies ist ein wertvolles Leben. Es braucht nichts von irgendjemandem. Es hat alles. Es ist verbunden mit allem im Universum. Es benötigt nichts. Aber wir möchten unsere Spiele spielen, okay? Wir können all diese Dinge tun. Aber ihr müsst verstehen, in dem Moment versuchen wir, unsere Zwänge auf die gesamte Schöpfung auszuweiten. So funktioniert es nicht. Existenz versucht nicht, dir zu helfen. Du magst damit im Einklang sein. Bingo bist du. Ob du bewusst damit im Einklang kamst, oder unbewusst. Irgendwie bist du in Einklang gekommen. Deshalb hat Shankara gesagt, Yogaratowa, Bogaratowa. Das heißt, irgendwie tust du es. Mir egal. Adi Shankara ging so weit. Irgendwie tust du es. Du schaffst es, Mann. Das ist, was zählt. Wie du es schaffst, wen interessiert's? Wie du es schaffst,